hallo leute herzlich willkommen auf dem kanal stando gaming und heute schwimmen wir haben wieder wie ihr sehen könnt ein rund um und ich würde sagen wir starten hier mal direkt heute bauen wir uns ein öl tycoon wie man hier unschwer erkennen kann und wir kaufen uns erst mal die plattform dann ein förderband und öljag 200 Dollar jetzt müssen wir mal gucken ich krieg kein Geld warten auf öl steht da jetzt ich schick das spiel nicht ah jetzt öl in fässern ah jetzt kriege ich geld das dauert ja ewig jetzt geht ja jetzt habe ich 1200 die waren alle 200 alle 200 moin ich bekomme immer 1200 jetzt kann man das hier upgraden aber was soll stiftung sein ich bin ich bin nicht so ich bin nicht so aber egal warten jetzt ja mal kurz brauchen nämlich 4000 also 10 sekunden braucht das immer also hanno so jetzt abgänger 60.000 Okay, das ist irgendwie so ein Haus oder so. Okay, wir brauchen jetzt 7.000. Warten wir einmal. Ich kriege mir die 7.000. Ja, wir haben die 7.000. Man kann die einzelnen Dinger abwenden. Wie viel kommt da jetzt nochmal raus? 400. 400. Ah. Okay, so. So, 10.800. Gebt mir das Geld. Bitte. Ich brauche das Geld. Leute, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, meine Eltern sind das. Die machen hier irgendwas. Also nicht wundern. 15.400. Warum heißen die eigentlich Pump Jack Abquer? Interessanter Name. Ich glaube, das hier wird irgendwie so ein Gebäude. Oh, seit wann gibt es hier hinten irgendwas? 100.000. Ja, moin. Straßen. Säulen. Moin. Okay. Kommen die eigentlich hier raus oder was? Sieht man das auch? Oder ist das einfach nur... Ah ja, tatsächlich, da kam es gerade. Okay. Okay. Jetzt. 20.000 hier mittlerweile. Okay. Okay. Wir können uns ja mal da hinten kurz die Säulen kaufen. Tut das weh? Nö. Tor schließen. Kommt hier, glaube ich, keiner mehr rein, ne? Es ist zu. So, ey, was diskutieren die da? Leute, das stört beim Aufnehmen. Hallo, jetzt sammeln wir nochmal dieses Kackgeld ein. 20.800, okay. Acht Millionen hat der? Woher hat er das Geld? Junge. Mir fehlt nicht mehr viel. Gebt mir das Geld. Okay, 27.000 kostet das Nächste. Ich glaube, dann können wir nicht mehr upgraden. Würde mich nämlich sonst wundern. Also würde mich wirklich wundern. Mh, aber mal gucken. Kann man hier denn sonst noch so kaufen? Ein Wachtturm, ein Flutlicht. Wollen wir mal kurz gucken, wie die anderen Häuser aussehen? Gucken wir mal. Jo. Oha. Ja gut. Das sieht interessant aus. Ah, Moment, da bin ich ja wieder. Warte mal, was ist das denn hier? Trophäen. Ah, wie viele Dinger man hat hier. Was sind denn die silbernen Dinger hier? Hm. Was ist das? Ach, das sind Wiedergeburten. Ah. Und wieder, es gibt einer, der hat wie viele Wiedergeburten? 163. Naja, er hat das Spiel einfach 163 Mal gespielt. Weiß ich ja jetzt nicht. Ah, 27.000. Let's go. Man kann ihn nochmal upgraden. Ne, ich raste gleich kommen mit aus. Also man kann hier gefühlt mehr upgraden als, äh, weiß ich nicht was. 4400. Aber jetzt, warte, wir müssen ganz schnell abheben. So, jetzt können wir nämlich sehen, wie viel wir machen. Ja, okay, 4400. Gut, dann holen wir uns doch gleich mal hier ein Fenster. Ein Fenster ist gut. Ah ne, wir können uns gleich auch mal die Sachen da hinten kaufen. Werden wir da mal so einen. Ja, komm, wir kaufen uns hier mal kurz die Sachen hier hinten. Ein halt, den Wachturm. Und ein Flutlicht. Äh, ein Förderband. Noch ein Förderband. Ja, mal. Okay, so. Ah, für 30.000 kann man sich einen neuen kaufen. Warte mal, ich will mal kurz hier hoch. Bam, 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 bam. Ja, man sieht, äh, sehr viel auf jeden Fall. Nämlich gar nichts. Okay, krass. Also der hat hier so drei riesige Türme. Aber er hat die nicht abgegradet, wie ich sehe. Oder sie, es ist eine sie. So, 15,9 Millionen. Sorry, Digi. Seien wir. Na, eigentlich will ich lieber hier mehr von den Dingern kaufen. Das macht nämlich mehr Sinn. Ich glaube, man kann auch eventuell irgendwann den Ölfass hier upgraden. Glaube ich. Denke ich zumindest. Weil das dauert ja doch schon ewig lang, ne? Also zehn Sekunden kriegt man eigentlich so ein Fass. Ja, das dauert schon. Ist halt ein bisschen anders, ne? Wie man, also es ist ein anderes Konzept, sag ich mal. Aber ja. Gut. Ich würde sagen, danach kaufen wir uns jetzt hier erstmal das Fenster. Dann haben wir das nämlich auch mal weg. So. Ah, okay. Wir haben immer noch zu wenig Geld. Das ist doch kacke. Mhm. So, jetzt aber. Ey, ich wollte hier gerade rausgehen. Ich werde hier einfach zugesperrt. Seht ihr jetzt gerade, was ich sehe? 576.000 für eine Treppe. Okay. Okay. 35.000 für ein zweites Ding. Würde ich auch gleich mal holen. Warte mal, wie teuer ist der? 35.000. Okay, ich dachte schon. Also, man braucht schon recht lang für dieses Spiel. Gerade, man kann den nicht hoch. Ja, man braucht schon recht lang, also. Ja, also, allein die Treppen kosten ja übelst viel. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Disco-Seller vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiv die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Und dann kommt das auf der Videobeschreibung. Und dann kommt das auf der Videobeschreibung. Und dann kommt das auf der Videobeschreibung. Ciao, ciao, ciao.